Durch ganz Europa fährt die 26-Jährige ihre tonnenschweren Kisten. Doch was kaum einer weiß, die gebürtige Thüringerin ist auch mit einer eigenen Firma erfolgreich. Und ein gefragtes Model. Aber egal um was es sich am Ende dreht, eine Sache ist immer Pflicht. Ich brauch mindestens 300 PS, mindestens. Sabrina ist eine PS-Prinzessin und ein echtes Multitalent. Ich war noch nie in der Waschanlage mit meinem Auto. Nicht mal mit dem Leihwagen würde ich in die Waschstraße fahren. Wie bekommt sie ihre Jobs alle unter einen Hut? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich will mich auch gar nicht entscheiden, ob ich LKW fahre, mal eine Aufbereitung habe oder eben nebenbei mal Modell. Ein Rhein-Mittelhaus in einem Dorf in Oberfranken. Hier wohnt Trucker-Babe Sabrina. Ich bin ja überhaupt nicht so ein Stadtmensch. Ich meine, ich bin schon in einem Dorf aufgewachsen. Also habe ich natürlich auch keinen Bock, in der Stadt zu wohnen. Weil ich habe lieber mein ruhiges Etwas und weiß, wenn die abends meine Tür zumacht, da ist kein Action mehr. Für Action sorgt die 26-Jährige ohnehin selbst. Dazu gehört auch ihr Auto für den Alltag. Ein 435 PS starker SUV in Lieblingsfarbe Lila. Die Leute, die das Auto sehen oder halt wissen, dass die Firma hier ist, die werden sich da nichts mehr dabei denken. Schätze ich jetzt mal. Und es gibt ja bei uns im Ort auch ganz schöne Häuschen, die mit Sicherheit auch mehr als meine Autos kosten. Da ich meine Zeit hauptsächlich im Auto oder im LKW oder irgendwo verbringe, möchte ich mir natürlich meine Autos gerne raussuchen wollen. Und möchte dann natürlich auch ein schön ausgestattetes Auto fahren. Ich finde es gerade schlimm, wenn Leute schöne Häuser haben, richtig extrem schöne Häuser, aber dann steht nur eben ein VW ab vor der Tür oder so. Sabrina ist unterwegs nach Neuenmarkt. Hier hat Kumpel Michael eine Tuning-Werkstatt. Schaut meine Karre schon wieder aus, da hier. Sabrina kommt ab und zu her zum Shoppen. Auf dem Einkaufszettel Tuning-Teile für ihren SQ7 oder den Sportwagen ihres Mannes. Hallo Sabrina. Hi, grüß dich. Alles gut? Ja, klar. Bei dir? Was gibt's Neues? Ob Hightech-Felgen, neue Auspuffanlage oder ein Komplettumbau. Michael macht alles möglich. Heute sucht Sabrina etwas für ihren Mann. Ein Carbon-Spoiler hat es ihr sofort angetan. Oh, das wäre schon geil. Aber das ist natürlich Wucher, ne? Das kommt natürlich dann schon... Was heißt hier Wucher? Oder meinst du übertrieben, weil es zu groß ist? Das ist dann halt dann extrem, ne? Das ist ja wie aus der DTM-Serie, wenn's DM4 siehst. Die haben ja dann auch immer so ein Brett drauf. Aber das würde doch passen, oder meinst du nicht? Aber dann krieg ich kein TÜV. Oder ob das was Kleines, Filigranes ist. Dann krieg ich kein TÜV. Na, das muss man halt mal schauen, ob man das mit Einzelabnahmen mit durchbekommen. Noch ist Sabrina nicht ganz überzeugt. Sie schaut sich weiter um. In einem Punkt aber weiß das Trucker-Babe ganz genau, was sie will. Alles ist außer V8, das ist asozial. Aber das kann man jetzt nicht sagen. Ich brauch mindestens 300 PS, mindestens. Also ich glaub, ich fahr auch kein Auto unter. Also, meine Autos haben ja alle Ü400, also. Ja, und auch die LKWs. Hey! Und wieder raus! Vor drei Jahren macht Sabrina ihren LKW-Führerschein. Jetzt hilft sie ihrem Mann bei der Überführung von Trucks. Seitdem kennt ihre Begeisterung für Motoren keine Grenzen. Hey, wenn ich würde, ich würde noch ein Turbo draufpacken und würde 150 fahren. Zurück bei Tuning-Kumpel Michael. Sabrina ist noch unentschlossen. Der Tuner hat aber ein Näschen dafür, was seiner Stammkunden gefallen könnte. Boah, wie fett ist das? Ich brauch lila, ne? Lila, ne? Ja! Zeit, Lina, schau her. Würde das nicht passen? Oh, wie fett ist das? Ich brauch unbedingt lila, ne Gurte. Wir würden doch genau zu der Farbe von deinem Q7 kommen. Boah, ich will lila, ne Gurte. Machbar, kein Problem. Auf jeden Fall, das muss ich bei dir bestellen. Statt Spoiler gibt's lila-farbige Sicherheitsgurte. Doch noch ein erfolgreicher Shopping-Ausflug für Trucker-Babe Sabrina. Obwohl Samstag ist und keine Lkw-Überführungen anstehen, muss sie trotzdem arbeiten. Es geht 230 Kilometer Richtung Süden. Ihr Ziel, ein Fotostudio in München. Hier wartet bereits ihr Zweitjob. Ein erotisches Fotoshooting. Hallöchen. Hi. Hi, hier ist es passiert. Ich bin klar. Hallo, herzlich willkommen. Danke. Komm rein, komm rein. Denn Sabrina moddelt nebenher. Heute stehen gleich fünf verschiedene Motive auf der Tagesordnung. Das bedeutet, die Mitarbeiter bauen das Studio mehrmals um. Und auch Sabrina bekommt das volle Beauty-Programm. Ganze vier Stunden braucht die Stylistin für die Maske. Ohne Pause zuppelt sie an der 26-Jährigen rum. Für Sabrina könnte der Unterschied zu ihrem Alltag als Trucker-Babe nicht größer sein. Wenn ich im Lkw unterwegs bin, dann schminke ich mich eigentlich grundsätzlich fast gar nicht, weil ich eigentlich keinen Bock dazu habe. Lieber schlafe ich etwas länger, weil das kostet mich ja sonst wieder Zeit. Und dann wird auch meistens nur eine BB-Creme aufgetragen, ein bisschen, halt, dass man ein bisschen braun im Gesicht ausschaut. Und das war es dann auch schon. Es ist bei mir grundsätzlich so, das Auto schaut meistens besser aus wie ich. Ah, nicht so bescheiden, Sabrina. Die nächsten fünf Stunden steht sie jetzt vor der Kamera. Letzte Handgriffe, dann legt der Fotograf los. Sabrina macht eine super Figur. Kein Wunder, sie stand schon für die Creme de la Creme der Trucker-Szene Modell. Diese Kalendershootings tatsächlich für den erotischen Lkw-Kalender, beziehungsweise erotischer Scania-Kalender, beziehungsweise, was es nicht sonst noch gibt, Waffenkalender, erotischer Waffenkalender, erotischer Feuerwehrkalender. Da durfte ich ja schon überall mal mit dabei sein. Besonders begeistert sind ihre Fans von ihren Tattoos. Michael Jackson, die komplette Fast and the Furious Gang und Michael Schumacher zieren ihren Körper. Ich habe mehrere Tattoos und eigentlich spiegeln alle meine Tattoos einen Bezug zu meinem Hobby und zu meiner Leidenschaft, eben PS, schnelle Autos und tolle Autofahrer und so weiter, was halt dazu gehört. 15 Leute arbeiten heute am Set. Relativ normal, aber für Sabrina eine ungewohnte Situation. Hier kümmern sich irgendwie alle um einen und man ist so der zentrale Mittelpunkt des Geschehens. Das bin ich sonst nicht gewohnt, weil ich mich immer selbst organisieren muss und eben nichts gemacht oder eben von anderen nichts gemacht bekomme. Ich muss mal alles hart selbst erarbeiten. In ihrem normalen Job als Trucker-Babe arbeitet Sabrina größtenteils allein. Seit drei Jahren unterstützt sie ihren Mann bei der Überführung von LKW quer durch Europa. Doch damit nicht genug. Sabrina hat noch ein weiteres Standbein. So. Hammer alles. Mit ihrer Firma hat sich Sabrina auf die High-End-Aufbereitung von Luxus- und Sportwagen spezialisiert. Kunden aus ganz Deutschland vertrauen der 26-Jährigen ihre Karossen an. So wie Werner Bauer. Sein ganzer Stolz, ein Sportwagen im Wert von einer Viertelmillion Euro. Hier steht das gute Stück. Schee. Du weißt, um was das geht? Um einen Porsche 991 GT3. Der Sportwagen ist gerade mal 4000 Kilometer gelaufen. Für den Laien sieht er ja eigentlich eh schon perfekt aus. Ja, wieder schick machen. Hologramme. Ja. Vorne, hier ist besonders. Seitlich ist es nicht so schlimm wie auf der Motorhaube. Genau. Hier sieht man es. Das ist das. Besitzer Werner Bauer und Sabrina sehen im Lack eine Katastrophe. Ich verspreche dir, wenn du danach hier reinkommst, wirst du sehen, das Auto schaut tadellos aus. Das wollen wir ja so, ne? Ne? Mhm. Ich werde dich davon überzeugen, dass ich das auch kann. Gut. Dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Wenn nicht, dann hoffentlich gut versichert. Also so wie er ist jeder meiner Kunden. Und wenn man so ein Auto besitzt, dann darf man auch eine strenge Meinung haben. Weil man möchte ja dieses Auto, was mehr als 200.000 Euro kostet, jemandem anvertrauen und möchte wissen, dass man das Auto jemandem anvertrauen kann, der es eben beherrscht. Und deswegen muss ich mich jedes Mal aufs Neue beweisen und muss zeigen, dass ich das wirklich drauf habe. In diesem Fall sogar ganz besonders. Denn Fahrzeugeigentümer Werner Bauer ist selber Profi-Aufbereiter. Allerdings für LKW. Für seinen Privatwagen holt er sich Sabrina. Die Expertise hat sie sich selber erarbeitet. Ich war noch nie in der Waschanlage mit meinem Auto. Keine meiner Autos. Nicht mal mit dem Leihwagen würde ich in die Waschstraße fahren. Mich hätte dafür interessiert, dass mein Auto immer gut und gepflegt ausschauen sollte. Und da halt mal als Normalo, in Anführungszeichen, nicht alle Tricks und Kniffe kennen, musste ich die mir halt alle beibringen. Und irgendwann wollte ich halt nicht nur mein Auto pflegen, sondern auch andere. Was die Kunden dafür bezahlen, will Sabrina nicht sagen. Sie verrät aber, eine Autoversiegelung geht bei 450 Euro los. Was nach einfacher Vorwäsche aussieht, hat es in Wahrheit in sich. Sabrina muss die Wachsversiegelung im Auto entfernen. Sonst würde der Sportwagen schlimmer aussehen, als zuvor. Ha, fertig. Doch bevor es weitergeht, muss der GT3 trocknen. Sabrina hat die Fotos vom Shooting geschickt bekommen. Also ich finde, die Bilder sind mega geil geworden. Sind sie. Trotzdem für Sabrina kein Grund, ihre anderen Jobs an den Nagel zu hängen. Der Hauptjob als LKW-Fahrerin überwiegt ja. Und das andere ist ja quasi, macht ja nur so einen kleinen Teil aus. Aber gehört ja trotzdem irgendwo mit zu mir. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich will mich auch gar nicht entscheiden. Muss sie auch nicht. Scheinbar mühelos meistert die PS-Prinzessin den Spagat zwischen ihren Jobs. Der kritische Moment naht. Bald wird sich zeigen, ob der anspruchsvolle Kunde mit Sabrinas Arbeit zufrieden ist. Für den Vorher-Nachher-Effekt klebt sie den Porsche ab. Mit der Poliermaschine geht sie an den Lack des 250.000 Euro teuren Sportwagens. Wenn sie jetzt einen Fehler macht, ist nicht nur der Kunde verloren, sondern auch viel Geld. Allein die Motorhaube des GT3 kostet 22.000 Euro. also gut. So. Das ist eine Brille. Oh. Du siehst, der Lack war sehr schön. Aber Wahnsinn. Klasse. Das ist ja spitze. Schau mal, schau mal. Im Licht sieht man schön. Du hast nicht zu viel versprochen, okay? Super. So gefällt mir das. Freut mich. Ich gebe mein Bestes. Bist du auch zufrieden? Ich bin erst dann zufrieden, wenn ich meine ganze Tat gemacht habe. Normal braucht Sabrina bis zu zwei Tage für eine Aufbereitung. Für den Porsche ganze 26 Stunden. Und nach diesem Job ist sie endlich zurück am geliebten Lkw-Steuer. Von Oberfranken aus erobert das Trucker-Babe die Straßen Europas.